Es ist eine komplette Umstellung, glaube ich, für uns alle, nicht nur für uns, nicht nur wir müssen Masken tragen, ihr ja genauso. Ich kann ein Beispiel erzählen, wir sind ja da im Hotel in Quarantäne und sollen da eigentlich auch nicht rausgehen, aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt und dann bin ich halt mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt, bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass man hier nur mit Wagen reinkommt. Ich hatte 20 Euro in der Tasche mitgenommen und habe ihr dann gesagt, dass ich nur Zahnpasta und Hautcreme mitnehmen möchte und zwei Hände habe und das dann auch ohne Wagen schaffen. Dann sagt sie, nein, das sind Vorgaben, da halten sich alle dran, da muss sich jeder dran halten und wir müssen darauf achten. Dann habe ich sie nochmal versucht zu überreden, habe ihr auch gesagt, dass ich nur 20 Euro, einen 20-Euro-Schein habe und kein Kleingeld, kann mir gar keinen Wagen holen. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann wechsle ich Ihnen das an der Kasse. Dann bin ich mitgegangen zur Kasse und dann hat sie mir das gegeben. So, dann habe ich das 1-Euro-Stück gehabt und bin rausgegangen, musste dann durch den Ausgang dann wieder raus. Und während wir rausgehen, war ich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigt, im Kopf, auf das Spiel und bin rausgegangen. Und in Gedanken bin ich wieder reingegangen und stand dann plötzlich wieder vor der Hautcreme und dem Zahnpasta und habe mir das in die Hand genommen und habe gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss ja eigentlich den Wagen holen. Dann bin ich wieder rausgegangen, an der Kasse vorbei, die Frau hat mich komisch angeschaut, habe den Wagen draußen geholt und bin dann reingefahren mit dem Wagen und habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske aufhatte, in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt. Weil die hätte dann sicher auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt, wenn sie mich erkannt hätte. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt mehr wieder auf Fußball, aufs Spiel gedanklich vorbereitet und versuche da die Mannschaft bestmöglichst vorzubereiten. Habe aber jetzt Zahnpasta und Hautcreme.